1. Kapitel, in dem Peter ohne einen Pfennig in der Tasche eine Gaststätte aufsucht und erklärt, warum er das für richtig hält. Überlegungen zum Stellenwert des Geldes im Sozialismus. An diesem Sonnabend im Juli 1974, acht Tage vor meinem zwölften Geburtstag, weiß ich noch nichts von meinem Glück. Ich sitze auf der Terrasse eines Ausflugslokals nahe Waldau und warte darauf, dass jemand die Kellnerin von der Richtigkeit meiner Argumente überzeugt oder meine Rechnung in Höhe von 4 Mark und 50 Pfennigen begleicht. Mehrmals habe ich ihr schon erklärt, über kein Geld zu verfügen, weder in meinen Hosentaschen noch dort, wo ich zu Hause bin, im Kinderheim Tete-Kollwitz in Krado an der Elbe. Geld ist doch nicht wichtig, sage ich und füge gleich darauf hinzu, solange ich ein Kind bin, muss unsere Gesellschaft für mich sorgen, egal ob im Kinderheim oder auf einer Reise an die Ostsee. Wiederholt biete ich der Kellnerin an, die von mir verzehrte Portion Eisbein mit Kartoffeln, Sauerkraut und Senf sowie das Glas Fassbrause abzuarbeiten, sie brauche mir nur eine Aufgabe zuzuweisen. Ich wolle sie aber nicht wegen Kinderarbeit in Schwierigkeiten bringen, naheliegend sei es hingegen, mir die Verköstigung nicht zu berechnen. Warum soll mir unsere Gesellschaft das Geld erst aushändigen, frage ich, wenn dieses Geld doch über kurz oder lang sowieso wieder bei ihr landet? Wo landet das Geld? ruft die Kellnerin, deren Stimme mit jedem Wort an Höhe gewinnt. Bei der Gesellschaft, antworte ich. Bei dir piept's ja. Die Kellnerin tippt sich mehrmals mit dem Zeigefinger gegen die Schläfe. Hasst sie ja nicht mehr alle. Sie ergreift ihren dicken schwarzen Zopf, der schräg über ihrem Dekolleté liegt und schleudert ihn über die Schulter zurück. Im Weggehen schwingt der Zopf zwischen Schulterblatt und Schulterblatt hin und her und beruhigt sich erst, als sie sich anschickt, die drei Stufen zur Eingangstür des Lokals hinaufzusteigen. Ich versuche, wie immer in kniffligen Situationen kühlen Kopf zu bewahren und meine Enttäuschung darüber, wie uneinsichtig selbst Erwachsene heute noch sein können, niederzukämpfen. Was würde Paul Löschau dazu sagen? Ich sehe in den Himmel. Die Wolkenbeobachtung, hat er gesagt, sei die beste Art der Erholung, wenn einem die Kraft zum Studieren fehle. In der Gestalt der Wolken haben wir immer etwas entdeckt. Gewaltige Igel, Krebse, Hasen und Bären zogen über uns hinweg. Es hat aber auch Tage gegeben, an denen wir die Vorkämpfer unserer Sache erblickt haben. Hans Thälmann oder Rosa Luxemburg, einmal sogar Lenin mit vorgereckten Kinn. Doch heute will sich keine einzige Wolke verwandeln. Soll ich einfach wegrennen? Aber damit stellte ich meine eigenen Belange über die der Gesellschaft. Am Ende hält die Kellnerin ihren Egoismus noch für Wachsamkeit. Der Andrang der Gäste ist inzwischen so groß geworden, dass es etliche Wartende gibt, die durch einen Kellner von der Eingangstür vertrieben und zu einer Reihe geordnet werden. Ich will einen letzten Versuch unternehmen, die Kellnerin zu überzeugen. Hinten beginnt die Reihe, ruft ein Mann. Fast stolpere ich, so grob packt er mich am Ellbogen und zerrt mich zurück. Ganz hinten ergänzt die Frau neben ihm. Ich muss meine Kellnerin sprechen, sage ich. Ich habe bereits gegessen und getrunken, aber die Kellnerin besteht darauf, dass ich bezahle. Ich sehe von einem zum anderen, aber niemand erwidert meinen Blick. Als ich schließlich darzulegen beginne, wie unsinnig die Verwendung von Geld im Sozialismus ist, sieht mich die Frau mit verkniffenen Augen an und deutet mit dem Daumen über die Schulter. Ganz hinten, wiederholt sie. Da sich die Kellnerin nicht zeigt, weiß ich mir nicht anders zu helfen und stelle mich dem Kellner in den Weg. Keine Ohren im Kopf, er schiebt mich beiseite und eilt in seinen schwarzen Lackschuhen davon. So kriegst du hier nie einen Platz, sagt leise ein älterer Mann, dessen beigefarbene Hose von einem dünnen weißen Gürtel auf Nabelhöhe gehalten wird. Mir geht es nicht um einen Platz, sage ich, wende mich aber wieder ab, weil der Kellner zurückkehrt, das leere Tablett unterm Arm. Neben ihm herlaufend erneuere ich meine Bitte. Der Junge hat ein Anliegen, sagt der freundliche Mann mit der beigefarbenen Hose überm Bauch und tritt aus der Reihe. Es ist ihre Pflicht, ihm zu antworten. Als der Kellner erneut auftaucht, drückt er mir ein Buch vor die Brust und zieht einen Kuli hervor. Wiedersehen macht Freude, aber persönlich, Kapito. Statt mich anzusehen, blickt er den freundlichen Mann an, der wieder in die Reihe der Wartenden zurückgekehrt ist. Jetzt musst du auch so mutig sein und schreiben, sagt der freundliche Mann. Die dem lederartigen Einwand aufgeprägten Goldbuchstaben füge ich zu dem Wort Gästebuch zusammen. Da kein Stuhl frei ist, setze ich mich auf das rot-weiße Gelände an der Straße, den Campingbeutel zu meinen Füßen. Vorsichtig öffne ich das Gästebuch. Die ersten Seiten sind herausgerissen, die Reste sehen aus wie angebissene Schnitten. Deshalb beginnt das Best-Gästebuch mit Fotos von Hochzeitsgesellschaften, zwei sogar in Farbe. Es folgt eine Eintragung, der Text ist nicht lang. Ich erkenne einzelne Buchstaben und versuche Silben zu bilden, um diese dann zusammenzuziehen. Meine Lese- und Schreibschwäche, das steht auch diesmal in meiner Beurteilung, ist ausgeprägt. Benotet wird vor allem ein mündlicher Ausdruck. Mir erschließt sich nicht jeder Satz. Als ich wieder von vorn beginne, wird mir allmählich klar, dass das Geschriebene von der Damentoilette handelt. Es erleichtert mir das Verständnis. Kein Klo sei benutzbar gewesen. Die Bestandsaufnahme der konkreten Situation lese ich mit wachsender Empörung. Die Schlussfolgerung lautet, nicht mal ihr kleines Geschäft habe sie gewagt, dort zu verrichten. Die unterzeichnende Dagmar Freudenthal fordert eine Stellungnahme des Kollektivs der HO-Gaststätte. Darunter steht eine Adresse. Mich beeindrucken die Sachlichkeit und der Detailreichtum ihrer Eintragung. So würde auch ich gern meine Gedanken ausdrücken. Da ich das Schreiben der Losungen zum 1. Mai andauernd geübt habe, kann ich es jetzt selbstständig anwenden. Hoch lebe die Befriedigung notwendiger Bedürfnisse. Heißbein und Fassbrause, davon bin ich überzeugt, waren die richtige Wahl. Nieder mit dem persönlichen Egoismus, nieder mit dem Privateigentum, lautet mein zweiter Eintrag. Das Kollektiv der Gaststätte wird meine Forderungen auf seine konkrete Situation beziehen, darüber diskutieren, sein Fehlverhalten einstellen und sich bessern. Ich bin im Begriff, meine Adresse zu schreiben, als jemand vor mir stehen bleibt. Eine junge Kellnerin überreicht mir ein randvolles Glas. Lemonlimonade, sagt sie, die geht aufs Haus. Ich will sie nach der Bedeutung ihrer Redewendung fragen, doch da sie so aufmerksam ist, das Gästebuch festzuhalten, während ich nach dem Glas greife, trinke ich die Lemonlimonade in einem Zug. Hetz dich nicht, sagt sie, und schreib nicht schlecht über uns. Wir müssen alle lernen, sage ich, und gebe ihr das leere Glas zurück. Wir dürfen einfach nie aufhören zu lernen. Sie sieht zu Boden, sie denkt über das Gesagte nach, statt vorschnell zu antworten. Ich reiche ihr die Hand, da fällt mir der Kuli runter, rasch bückt sie sich. Danke, sage ich, ergreife ihre Rechte und drücke sie fest. Dann vervollständige ich die Adresse des Tete Kollwitz und unterzeichne mit Vor- und Nachnamen. Zu spät bemerke ich die fehlende Grußformel. Zwischen Adresse und Unterschrift quetsche ich mit sozialistischer Hochachtung und schlage das Gästebuch zu, froh, die ganze Angelegenheit zu einem guten Ende geführt zu haben. Schnell passiere ich die Schlange der Wartenden, allesamt harren sie noch an derselben Stelle aus wie zuvor. Nur meinen Freund in der beigefarbenen Hose finde ich nicht. So kann ich nicht behaupten, den anderen eine Lehre erteilt zu haben, aber auf jeden Fall habe ich meine Zeit besser genutzt als sie. Und etwas Ähnliches geht wohl auch ihnen gerade durch den Kopf, angesichts eines heraufziehenden Gewitters.